Im Herzen des Ruhrgebiets haben die Erfahrungen aus über 40 Jahren Vertrieb und Service von CNC-Großfräsmaschinen ein neues Zuhause gefunden. Das 2015 neu entstandene Zerspanungstechnologie- und Servicezentrum in Waltrop mit einer permanenten Maschinenausstellung auf über 1300 Quadratmeter ist das Herzstück unserer exklusiven Werksvertretung des südkoreanischen Herstellers Ki-Jung. Ki-Jung in Daejeon. Südkorea beeindruckt durch eine unter den internationalen Herstellern für Großfräsmaschinen fast einzigartige Fertigungstiefe. Angefangen von einer eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung, einer eigenen Gießerei auf über 15.000 Quadratmetern, einer eigenen Blechbearbeitung bis hin zu einer Fertigung im modernen Maschinenpark. Alles natürlich begleitet von einem ISO 9001 zertifizierten Qualitätsmanagement. Durch unseren neuen Standort mit einer erweiterten Ersatzteil- und Zubehörbevorratung mit direktem Werkszugang. Einer modernen Werkstatt mit aufwendigen Reparatur-, Wartungs- und Testmöglichkeiten, einem Vierfach-Kopfteststand für alle aktuellen und zukünftigen Fräskop-Varianten mit Abnahme-, Zertifikaten und Dokumentationen. Das moderne CNC-Schulungszentrum in Waltrop rundet das Leistungsspektrum von Vollmatec als exklusive Werksvertretung in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie als europäisches Service- und Ersatzteilcenter ab. Diese einzigartigen Rahmenbedingungen, verbunden mit einem permanenten fachlichen Austausch zwischen Vollmatec und Kijung, garantieren unseren Kunden eine gleichbleibende Qualität und stetige Weiterentwicklung unserer Maschinen, um auch in Zukunft den Marktbedürfnissen gerecht zu werden. Mit dieser klaren Zielrichtung und den eingangs erwähnten Erfahrungen im Vertrieb und Service von CNC-Großfräsmaschinen haben wir seit Firmengründung bestehende Maschinenserien von Grund auf neu überarbeitet und den am Markt gestiegenen Kundenanforderungen angepasst. Aus der langjährigen Erfahrung im technologischen Vertrieb und Service resultieren auch ganz neue Maschinenkonzepte wie die CNC-Bettfräsmaschine KNCU 1050 und 1250, die CNC-Starrbettfräsmaschine RIGGY TRAX und die 2015 neu vorgestellte linear geführte CNC-Fahrständerfräsmaschine TRAX sowie die nunmehr auch linear geführten Bettfräsmaschinen der Baureihe KNCLT. Die Tatsache, dass heute 50% der von Vollmatec verkauften Kijung Fräsmaschinen Zweit- oder Drittmaschinen unserer Kunden sind, bestätigt das Geschäftskonzept. Qualitativ hochwertige Maschinen für anspruchsvolle Kunden und alle Serviceleistungen aus einer Hand. Besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich von der neu geschaffenen Synergie von Vollmatec und Kijung. Denn nachhaltige Qualität ist unser Konzept.